Hey Sternliebhaber, hier ist euer Horoskop für die nächste Woche. Schauen wir, was die Sterne für euch bereithalten. Widder, diese Woche dreht sich alles um Neuanfänge. Eine neue Chance bei der Arbeit könnte eure Kreativität entfachen. Bleibt offen und nutzt den Moment. Stier, Beziehungen stehen im Mittelpunkt. Es ist eine großartige Zeit, um sich mit geliebten Menschen zu verbinden. Tiefe Gespräche bringen euch näher. Zwillinge, konzentriert euch auf eure Gesundheit. Diese Woche ist perfekt, um eine neue Fitnessroutine oder eine gesunde Ernährung zu starten. Euer Körper wird es euch danken. Krebs, Romantik liegt in der Luft. Singles, haltet Ausschau nach jemand Besonderem. Paare, plant eine Überraschungsdate-Night. Löwe, Heimverbesserungen sind begünstigt. Egal, ob ihr umdekoriert oder organisiert, euer Raum wird sich wie neu anfühlen. Jungfrau, Kommunikation ist der Schlüssel. Wichtige Gespräche bei der Arbeit oder mit Freunden bringen Klarheit und Lösung. Waage, konzentriert euch auf Finanzen. Eine Budgetüberprüfung oder ein neuer Sparplan bringen euch auf den richtigen Weg. Wohlstand liegt vor euch. Skorpion, persönliches Wachstum steht im Vordergrund. Nehmt euch Zeit für Selbstreflexion und das Setzen neuer persönlicher Ziele. Eure Transformation ist kraftvoll. Schütze, Reisepläne könnten unerwartet auftauchen. Selbst ein kurzer Trip kann Abenteuer und neue Perspektiven bringen. Steinbock, Networking ist euer Thema. Verbindet euch mit neuen Leuten in eurer Branche. Spannende Möglichkeiten sind nur ein Gespräch entfernt. Wassermann, eure Kreativität brennt. Stürzt euch in das Leidenschaftsprojekt, das ihr aufgeschoben habt. Inspiration wird mühelos fließen. Fische, spirituelles Wachstum ruft. Meditiert, führt Tagebuch. Oder erkundet neue spirituelle Praktiken. Ihr werdet euch zentrierter und friedlicher fühlen. Das war euer Wochenhoroskop, Leute. Vergesst nicht zu liken, folgen und teilen für mehr kosmische Updates. Bis zum nächsten Mal. Bleibt strahlend.